Wir sind wieder da. Die Suche geht nicht weiter, weil wir suchen gar nicht. Wir gehen einfach diesen Weg entlang. Wir freuen uns auf unsere Tage. Deswegen rennt er weg. Kann eigentlich der Kriegsschrei. Ich kann es noch nicht nachlesen. Achso. Ich hoffe, dass es irgendwann noch schönere Schilde gibt. Ob es noch irgendwo ... ... Anselm! ... ... ... ... Er ist nicht so, oder? Die Folie ist gerade mit Absicht. Wir nähern uns dem Riss! Man kann die Kämpfe schon hören! Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen! Wir müssen ihnen helfen! Auf geht's! Zack! Schnell! Bevor noch mehr hindurchkommen! Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mahl auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mahl fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Gehört ihr der Kirche an, oder...? War das eine ernst gemeinte Frage? Technisch gesehen bin ich ein Gefangener. Genau wie ihr. Ich hatte euch hierher gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählt. Doch das hat sich ja nun offensichtlich erledigt. Und dennoch bin ich hier. Was angesichts der derzeitigen Ereignisse ein großes Glück für euch ist. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach... Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen... Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Solas ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in derartigen Dingen. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Es ist eine lobenswerte Einstellung. Sie ist lediglich vernünftig. Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besetzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja? Bianca ist schon ganz aufgeregt. Ein verrücktes Team. Hier lang das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. es nennen weiß ich du bist doch Achtung Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Dann geht's. Geht ihr die taktische Ansicht an diese Tee? Geht ihr die Tee? Geht ihr die Tee? Na, wassit? Einer weniger! Guck mal, was hier ist. Was hier ist alles? Das nicht, oder? Nee. Und dass du vorrennst? Hier ist doch... Keine Ahnung. Du hast. Du hast. Aber da haben wir immer noch keine. Ohohohoho. Hallo? Zack! Oh, nicht euer Eau. Ob ich auch mit reinkommen? Oh, ich will auch was machen. Kommt der auch wieder raus? Magie! Oh, Eisen. Das war... Ich hoffe echt, dass es noch ein paar schönere Schilde gibt. Uns hätte ich doch nie... Ihr seid wirklich scharf-sinnig. Nun, ihr habt noch keinen einzigen Pseilen des Propheten Koslun zitiert. Wenn ihr also nicht nur versucht, euch gut mit der Sucherin zu stellen, ist das recht aufschlussreich. Nett. Spächer. Alles in Ordnung mit euch? Ja, ja. Ja. Seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Okay, hier geht's. Weiter geht's. So, aah. Das muss ich ja jetzt selber machen. Also, das ist schlecht, wenn die Augen krabbeln sind. Und sich ne Konzentriere kann. Achso. Toll. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Okay. 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 Wir sind im Nichts und sind durch Schwachstatt im Kleider. Sturft nur mit deinem Malt die Energie eines Risses. Habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Achso, anklicken. Schnell, benutzt das mal. Also, jetzt endlich, genau, Herr Wunsch, in den Boden kann der Herrwald das mal verhindern, um den Rissen zu schließen. Stufeanstieg, danke. Aktuell ist eine Stufe aufgestiegen. Der Riss ist weg. Äffne. Egal, ich will gucken, was es gibt. Waffe, Schülzbeihand. Achten. Hochhalter. Fähigkeitenbaum, ja. Ja. Mhm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Tor! Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Ach so, rechtsblick. Vorwärtslager. Ist jetzt benutzt? Einfach nur gucken wir raus. Nicht schon genug angerichtet. Ihr habt hier nicht... Geist. So aufgestiegen? Ja. Wohin? Ah! Da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royo zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justenia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier. Ihr solltet auch überhaupt nicht hier sein. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen, es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke? Ihr tragt das mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen. Da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Geht direkt an. Ich sage, wir greifen an. Ich werde nicht lange genug leben, um eurem Prozess beizuwohnen. Was auch immer geschieht, geschieht jetzt. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Oh Gott, ich rief euch. Und 7 screens, Folgen gehen auf alles. Abonnenten. ist ja die frage ja 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 Okay. Bremst du mal ab? Vorsicht. Noch ein Riss ins Nichts. Hahaha. Wie viele Risse gibt es eigentlich? Wir müssen ihn schließen, um weiterzukommen. Achso, hier. Dann sollten wir uns vereilen. Was denn? 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 Was? Was denn? 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 Was denn?